Hallo zusammen! Quari in Salzwasser gegarte georgische Teigtaschen mit Tworak und Käse. Es braucht nur noch etwas Schmand und schon sind sie perfekt. In einer Schüssel Mehl und Salz geben und alles gut vermischen. Dazu noch Ei und kaltes Wasser fügen. Und alles zu einem glatten Teig knetten, der nicht mehr an die Finger kleben bleibt. Den Teig ca. 20 Minuten ruhen lassen. Für die Füllung Mozzarella reiben und mit Tworak zusammenmischen, Salz nach Geschmack. Dann noch Eigelb und Dill fügen und alles gut vermischen. Den Teig in ca. 15-18 Stück teilen. Dann jedes Stück zu einem Kreis ausrollen. 1 Esslöffel Füllung in die Mitte platzieren, Kanten des Teiges anheben, ein paar Falten machen, in die Mitte zusammendrücken. Spitze mit einem Messer abschneiden. Quari ins kochende Wasser geben und ca. 8 Minuten kochen. Mit Butter schmieren und mit Schmand servieren. Guten Appetit! 5 6